Ich würde gerne unser MHC zeigen. Kommt mit! Hier der Wartenbereich für unsere schwangeren und nicht schwangeren Personen, die kommen. Gegenüber die Apotheke und eine Behandlungsmöglichkeit für Patienten, die nicht schwanger sind. Das ist der Arbeitsraum für die Resultation. Gegenüber Ultraschallraum, Behandlungsraum für Schwangere, Untersuchungsraum, eine Mama mit ihrem frisch geborenen Baby von gestern mit KFD-Mütze, Agnes-Sister bei der Arbeit, wie immer. Unser erster Kreißsaal, der meistens verwendet wird, um die Kinder zu untersuchen, ein Arztzimmer. Unser Hauptkreißsaal mit Gebärhocker, wo die meisten Bewohner stattfinden, das Operation Theater ist geschlossen und die Toilette.